Jeden Morgen ist für uns spannend. Wir wissen nicht, was uns erwartet und deswegen sind die ersten Pre-Score-Touren auch so interessant und so spannend. Mich hat Peru schon vom ersten Moment an geflasht. Alles, was wir hier erleben konnten, war so einzigartig. Die Berge, wo es dann auf der einen Seite direkt mal zwei, drei, vierhundert Meter runter geht. Die wahnsinnsfreundlichen Menschen. Man muss permanent konzentriert fahren. Man darf sich wirklich keinen Fehler leisten. Ich habe in meinem Leben schon viele Wüsten erlebt. Was aber auch in Peru gewesen ist, Wahnsinn. Ein wahnsinnig vielseitiges Land. Aber das ist ja auch das Abenteuer, das die Experience Tour ausmacht.